Wir haben zu überwacht. Mittlerweile mussten sie das Land verlassen und das Regime beschloss, Oran zu einem Pfad anzureichen, der für eine zivile Nutzung keinen Sinn mehr gibt, sondern nur für eine militärische. Die Revolutionsgabe, eine Parallelarme, die im Staat die eigentliche Macht hat, hat sich an den Einnahmen durch die gelockerten Sanktionen bereichert und damit zum einen die eigene Bevölkerung stärker unterdrückt und zum anderen Terrorgruppen auf der ganzen Welt unterstützt, und an der Vernichtung Israel.